Herzlich Willkommen, mein Name ist Michael Gürke, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre an der FOM Hochschule. Heute geht es uns um das Betriebsoptimum, also das Minimum der Stückkosten, wir in der Volkswirtschaftslehre nennen die Durchschnittskosten. Offensichtlich also diejenige Produktionsmenge, bei der die Kosten pro Stück minimal sind. Es geht also um unternehmerische Entscheidungen, es geht um die Unternehmenstheorie und damit also den Bereich der Mikroökonomik. Das Interessante am Betriebsoptimum ist, dass in diesem Betriebsoptimum die Grenzkosten, die Durchschnittskosten schneiden. Und die Frage, die wir klären wollen, ist, warum ist das der Fall? Dazu haben wir uns ein Beispiel einer Kostenfunktion ausgesucht. Sie sehen hier eine Kostenfunktion k in Abhängigkeit von q. q ist die Produktionsmenge und die Kostenfunktion lautet dann k von q gleich q² plus 16q plus 144. Das heißt, die Fixkosten der Produktion sind 144 und die Variablenkosten sind q² plus 16q. Schauen wir uns das einmal in einer Tabelle an. Ich habe Ihnen hier zunächst einmal unterschiedliche Produktionsmengen abgetragen. Nehmen wir als Beispiel zunächst eine Produktionsmenge von 1. Dann sind die Gesamtkosten natürlich 1² plus 16 mal 1 plus 144, also 161 sind die Gesamtkosten. Bei einer Produktionsmenge von 10 wären die Gesamtkosten 404 und so weiter und so weiter. Die Durchschnittskosten sind nun in der nächsten Spalte angegeben. Dabei handelt es sich um die Kosten pro produzierter Einheit, wie wir gerade schon gelernt haben. Das heißt, ich nehme die Gesamtkosten, zum Beispiel bei einer Produktionsmenge von 1 und teile die Gesamtkosten durch die Produktionsmenge. 161 durch 1, also 161. Bei einer Produktionsmenge von 10, Gesamtkosten 404 geteilt durch 10. Pro produzierter Einheit dieser 10 Stück sind die Kosten dann also offensichtlich 40,40 Euro. Und so geht das weiter. Man sieht, dass diese Durchschnittskosten zunächst fallen bis zu einer Produktionsmenge von 12. Da betragen sie genau 40 und ab einer Produktionsmenge von 12 dann wieder ansteigen langsam. Das heißt, sie haben offensichtlich im Minimum bei einer Produktionsmenge von 12. In der dritten Spalte trage ich nun die Grenzkosten ab. Sie wissen aus Ihren Vorlesungen schon, Grenzkosten, das ist mathematisch die erste Ableitung der Kostenfunktion. Die erste Ableitung einer Funktion zeigt uns die Steigung der Funktion an einem bestimmten Punkt. Das heißt, die Grenzkosten zeigen uns, um wie viel die Kosten ansteigen, wenn ich ausgehend von einer bestimmten Menge ein klein wenig mehr produziere oder ein klein wenig weniger produziere. Wenn die Grenzkosten die erste Ableitung der Kostenfunktion sind, dann betragen die Grenzkosten in diesem Fall 2Q plus 16. Das heißt, wenn die Produktionsmenge 1 wäre, wären die Grenzkosten offensichtlich 18. 2 mal 1 plus 16 eben. Im Betriebsoptimum sind die Grenzkosten, wie man erkennt, genauso groß wie die Durchschnittskosten. Und das ist genau der Punkt, der uns heute interessiert. Wenn wir uns die Grafen anschauen, sieht man, dass die Durchschnittskostenkurve bis zu einer Produktionsmenge von 12 sinkt, danach wieder steigt und die Grenzkosten linear verlaufen und genau in diesem Betriebsoptimum dem Minimum der Durchschnittskosten die Durchschnittskosten schneiden. Links von diesem Betriebsoptimum gilt dann offensichtlich, dass die Durchschnittskosten fallen, denn sie fallen ja bis zum Betriebsoptimum, und die Grenzkosten unterhalb der Durchschnittskosten verlaufen. Warum ist das der Fall, ist zu fragen. Dafür schauen wir uns mal zwei Punkte an. Einmal links vom Optimum, zum Beispiel die Produktionsmengen von 8 und 9. Wir sehen da, dass bei der Produktionsmenge von 8 die Durchschnittskosten 42 sind und bei der Produktionsmenge von 9 41. Das heißt, die Durchschnittskosten fallen. Natürlich, denn wir befinden uns ja links vom Minimum der Durchschnittskosten. Die 9. Einheit, von 8 auf 9 überlegen wir ja, die 9. Einheit kostet gemäß Berechnung der Grenzkosten 34. Heißt also, dass die 9. Einheit weniger kostet, als die Einheiten vorher gekostet haben, nämlich 42 im Durchschnitt. Das bedeutet, dass dann offensichtlich die Durchschnittskosten fallen müssen, wenn diese 9. Einheit weniger Kosten verursacht, als alle Einheiten vorher durchschnittlich verursacht haben. Stellen Sie sich vor, die 9. Einheit hätte auch 42 Euro gekostet. Die Grenzkosten wären also auch 42. Dann würde das heißen, dass dann 8 Einheiten Durchschnittskosten von 42 Euro verursachen. Die 9. auch 42 kostet. Also die Durchschnittskosten sich überhaupt nicht verändern. Rechts vom Optimum steigen die Durchschnittskosten an und wir sehen, dass der Verlauf der Grenzkosten oberhalb der Durchschnittskosten liegt. Auch da schauen wir uns einen Punkt an. Nehmen wir eine Produktionsmenge von 16, da sind die Durchschnittskosten 41 und bei 17 41,47. Offensichtlich steigen also die Durchschnittskosten an. Die Grenzkosten der 17. Einheit beträgen gemäß unseren Berechnungen 50 Euro. Das heißt, die 17. Einheit kostet mehr, als alle Einheiten vorher durchschnittlich gekostet haben. Also müssen die Durchschnittskosten steigen. Sie sehen also, im Betriebsoptimum sind die Durchschnittskosten und die Grenzkosten gleich. Und das ist auch ganz logisch, dass das so ist, wegen der gerade von uns genannten Argumente. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und auch weiterhin viel Erfolg bei Ihren Studien. Herzlichen Dank für's Zuschauen. Herzlichen Dank.